ASV-Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Finanziell ist der HSV diesen Sommer gut aufgestellt. 750.000 Euro zahlte man lediglich an Ablöse für Immanuel Ferrai, man nahm aber 900.000 Euro durch Philipp Bilbia und Maximilian Rohr ein. Zudem könnte Jonas David den HSV wohl noch per Ablöse verlassen. Auch Teile des 30 Millionen kühne Darlehen dürften im Notfall wohl verwendet werden. Noah Katterbachs HSV-Leihvertrag lief zum 30.06. aus, dennoch absolviert er seine Reha aktuell in Hamburg. Bald wird er aber zurück zum 1. FC Köln müssen. Katterbach selber will in Hamburg bleiben, auch der HSV hat an Katterbach Interesse. Bewegung gab es noch keine, weil der HSV aufgrund der Verletzung und dem auslaufenden Vertrag im Sommer auf eine niedrige Ablöse hofft. Sollte Katterbach wieder Fußball spielen können, will Köln, dass er zurückkommt. Im Oktober will Katterbach wieder fit sein. Köln ist sich aber nicht sicher, wie stark das Interesse des HSV überhaupt ist. Doch zwischen Katterbach und den HSV-Verantwortlichen herrscht regelmäßiger Kontakt. Die Chance auf Einsätze ist für Valon Zumberi und Ogecica heil begrenzt. Die Spieler und Berater wissen das, beide tendieren zu einem Wechsel in die dritte Liga. Nach der Transferphase will der HSV mit Daniel Heuer-Fernandes, Sebastian Schonlau, Jonas Meffert und Jatta in konkrete Verhandlungen bezüglich Vertragsverlängerungen einsteigen. Alle vier haben noch einen Vertrag bis 2024. Der VfB Stuttgart und FC Augsburg waren in der vergangenen Transferphase an Robert Glatzl interessiert. Vor allem Stuttgart war heiß auf Glatzl. Dort hätte Glatzl über 2 Millionen Euro verdienen können. Glatzl hätte den HSV in diesem Sommer per Ausstiegsklausel verlassen können, doch er verlängerte bis 2027. Auch im neuen Vertrag gibt es eine Ausstiegsklausel. Bei Nichtaufstieg 2024 darf Glatzl den HSV für 2,3 Millionen Euro verlassen. Wie heute auch bekannt gegeben wurde, wird Marco Johansson bis Jahresende an den schwedischen Erstligisten Heimstaats BK verliehen. Immanuel Ferrai musste die Vormittagseinheit abbrechen, nachdem er umgeknickt war. Er trainierte am Nachmittag nur individuell im Kraftraum. Es bleibt abzuwarten, in welchem Zustand sich der Knöchel morgen befindet. Allerdings setzt der HSV darauf, dass Ferrai gegen den KSC spielen kann. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.